wir sollten uns mal um rüstung kümmern also bessere rüstung ich verspreche euch in der nächsten folge sterbe ich nicht mehr letzte folge sind wir gestorben diese folge sind mal gestorben nächsten folge sterbe ich nicht mehr es hat ein ende hä da bin ich ja hier klettere hoch so dann geben wir dem jetzt ein geben wir nachschuss oder geben wir ihn ja okay wir haben es uns einfach gemacht würde ich jetzt sagen was macht ihr denn da unten hatte ich lade das mal nach kann ich dennoch abknallen und was passiert jetzt sie freuen sich ah ja aber die kämpfen noch oder was hat der die jetzt gerade abgeknallt du kriegst eine gehaltserhöhung immer ist die knaden nachladen ist es wichtigste ok wo sollen wir hin durch die große tür wahrscheinlich wieder also ich mag dich aber kugeln verschwenden will ich bei denen ich ein schwert sah schön aus also das war eine von den spaniern aber die restlichen flaggen machte bitte auch noch schwarz sieht gut aus und repariert das mal das war ich nicht sollte mal jemand reparieren ok gut da sind jetzt zwei sachen wo potenziell ein wahl sein könnten bullen hei und was ist das bitte 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 bullen hei zweimal bullen hei er wollte mich doch verarschen bullen hei hammer hei hammer hei bullen hei was als ob sie nur bullen hei gibt es ist doch zum ok warte wir haben laden ja ja dann gehen wir mal den laden ich habe zwar kein wort verstanden aber ok munition er braucht jetzt eigentlich nicht ich will nichts verkaufen ok egal was könnten wir denn herstellen was wir was wir holen können buckel wahlhaut brauchen wir und krokodils leder brauchen wir jaguar pelz gesundheits upgrade das wäre nice ähm ja ein jaguar ok da brauchen wir dann knochen des großen weißen hais ist viel ähm ok wir brauchen jaguar dann dann machen wir eben was anderes wenn wir den anderen hai nicht finden äh wahl ok wo kriegen wir einen jaguar wird uns das dann überhaupt angezeigt ich glaube ja eher nicht aber ich glaube auch nicht auf dass auf so einer inseln jaguar lebt wisst ihr was wir gehen hier das hier jagen dann holen wir uns die beiden animus fragmente und dann fahren wir zu dem hammer hei holen den dann können wir nämlich auch schon was upgraden zwar nicht gesundheit wie ich wollte man nimmt sich dann immer was vor und dann genau das macht man dann nicht ist einfach immer so ja leute so mag ich das ah ihr habt repariert das finde ich gut sind es wieder die spanier was wollen die denn hier ist es meins was wollt ihr ich greife auch da auch nicht irgendwie sinnlos an und übernehmen eure kontore nur weil ich die haben will oder so dann gehen wir mal zu unseren warte was war es jetzt bullen ja ja holen wir uns den bullen jetzt spinnt das mikrofon nicht mehr ich verstehe es nicht verstehe es einfach nicht so du willst krieg dann kriegst du krieg ja das hat getroffen perfekt vielleicht kriegen wir ja sogar ohne dass er uns was macht nur noch eine salbe ja ja jetzt wird der jäger schon wieder zum gejagten ich sag's ja ja aber jetzt holen wir uns erst mal den high mal gucken vielleicht ist er da noch da brauchen wir eigentlich nicht aber wir können es ja holen wenn wenn wir es eh schon abschießen dann können wir es ja machen ja das würde ich schon bevorzugen dass ich treffe ich weiß bloß nicht wie viele harpoon ich überhaupt habe ich glaube ich habe das noch nicht so weit aufgerüstet oder da ist er doch die haken sonst schlüpft er uns noch davon komm her schnell voll hier ja bringt jetzt nicht allzu viel seht ihr das leute ja jetzt haben wir ihn seht ihr was wo ist er denn er nähert sich an backbord das ist es ah wir haben ihn ich finde es immer nice dass die harpoon wirklich noch drinnen stecken sieh dir mal das riesen ding an ja ist ganz schön groß gut gemacht okay ja ne das schiff da will ich jetzt nicht noch mal hinfahren wo ist denn die nächste mission auf der w wir fahren jetzt immer zur nächsten mission und auf dem weg machen wir was ist dahinten okay planen wir mal nach da hinten jetzt gehen soll segeln da müsste jetzt ja auf dem weg diese insel da vorne liegen gell warte mal ich guck das jetzt mal ganz kurz nach ja da liegt die insel auf dem weg das ist schön das ist doch toll dann holen wir uns nämlich dann gehen wir auf die insel vielleicht haben wir ja sogar glück und es gibt jaguar fell auf der insel könnte ja mal passieren dass wir glück haben ja ich glaube es ja nicht wirklich dass wir da jaguar fell kriegen hm das sind ziemlich kleine insel kommt mir auf jeden fall zuvor da gibt es keine jaguars jaguare sag mal jaguars oder jaguare jaguari das wird sich gar nicht mehr nach dem jaguar mhm mhm okay da ist auf jeden fall ein animus fragment das können wir uns achso das ist gar nicht die insel aber egal die das animus fragment holen wir uns trotzdem ja das habe ich auch bemerkt ist das dann die insel oder ist die noch weiter weg ich glaube eher noch weiter weg weil sonst würde es wirklich keinen sinn machen dass das als insel markiert wird weil wenn man gar nicht drauf kann dann ist es ja auch eigentlich keine insel oder okay vielleicht kriegen wir hier sogar eine schatzkarte das wäre schön auf jeden fall kriegen wir das animus fragment so wo ist es denn da unten oder da oben ne da oben kann es ja nicht sein ja du müsstest ja eigentlich irgendwo hier ist geil ne das ist ja bestimmt auch nichts okay das ist jetzt irgendwie komisch aber wir haben hier noch kisten die können wir auch mitnehmen mal gucken was drin ist und kann ich vielleicht mit ah öffnen zucker hat das war jetzt so viel ok ja also das animus fragment ist hier nicht ist ja einfach nicht doch es schwebt darum da ist es jetzt ja ich habe es okay gut dann war es also doch da habe es noch nicht gesehen können wir denn eigentlich die vögel abschießen das wollte ich schon immer mal probieren ich finde es immer lustig wie der ins wasser geht und dann dieses dieses geräusch kommt wenn man ihr kennt das ja wenn man ins wasser springt und dann dann kann man ja kurz diesen druck auf den ohren und dann kommt auch so ein ähnliches geräusch aber bei dem bei dem hört sich das irgendwie ein bisschen übertrieben an und irgendwie so von unserem schiff nur die hälfte gepanzert so ok fahren wir weiter wenn der uns nichts macht machen wir ihm nichts das kann er sich jetzt aussuchen ob es sich mit uns anlegen will oder nicht ok anscheinend haben sie es verstanden ok das finde ich gut na ich lenke eigentlich schon voll gegen da hinten metzeln sie sich mal wieder da ist eine schatztruhe ein animus fragment und ein geheimnis ok naja das ist anscheinend die insel wo wir hin wollen aber das sieht es sieht nicht danach aus als wären da ähm jaguare so schön reingedriftet ja wir müssen ja diese ganzen kleinen inseln eh machen ja also wir brauchen ja eh für 100 prozent wobei ich mir nicht ganz sicher bin das wollte ich euch eigentlich schon früher sagen habe ich jetzt aber nicht gemacht ähm ich habe mir mal überlegt dass ich eigentlich nicht gesagt habe wie ich zu diesen 100 prozent kommen bedeutet es gibt programme kann man sich vielleicht ein bisschen sachen holen äh die kampagne spielen wir auf jeden fall ich will auch auf jeden fall 100 prozent machen ähm aber ich will nicht unbedingt ähm ähm jetzt da 200 ähm stunden lang spielen und dann immer noch nicht fertig sein weil man immer über diese karte drüber fahren muss was ist denn der aussichtspunkt da oben ok ähm deswegen habe ich mir einfach überlegt wir könnten uns dann wenn wir die story durchgespielt haben davor will ich das noch nicht machen halt mit gewissen programmen ein bisschen geld holen vielleicht eventuell und mit diesem geld und dann vielleicht auch noch ein paar ressourcen alles voll upgraden das können wir ja eh erst wenn wir die kampagne durchgespielt haben und dann halt noch diese ganzen kleinen inseln holen aber komplett 100 prozent ist dann wahrscheinlich ein bisschen übertrieben glaube ich habe ich mir zu viel vorgenommen wo ist denn jetzt der aussichtspunkt ach der ist weiter unten nein du ah da vorne ist er sogar noch weiter unten ne ich habe jetzt gedacht er wäre ganz oben spricht er da einfach dagegen aber du Bis zum nächsten Mal.